um es gibt also wenn das und geht es nur ein herzlichen Glückstrom Glückstrom in den Händen und ich möchte hier hinten sind Das ist ja echt toll, oder? Warte mal, jetzt sind wir... Hast du gesehen, da vorne war Working Ball? Es ist jetzt nicht dein Mann. Oh mein Gott, ich hab so eine brechete Lache! Ich glaub, das ist schmerzhaft, was du tust. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ich weiß nicht, wie wir laufen. Wie soll ich denn das dann machen? Soll ich mal länger noch vor? Mal gucken, was da so passiert? Eine Stunde lang? Nee... Das ist nicht eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Woh, woh, Leute! Also nur wenn... Ich bin das durch. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt einmal als Servier schaffen. Ja, da haben wir schon ein Zehn. Ja, das ist ja eine ganze Zeit, da haben wir schon verstanden. Also, schauen wir das. Ja, da müssen wir... K 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 ich will nicht die Leute haben ein Video über dich gesehen, die werden ja wohl wissen, ob du fett bitte ich also schick den echt extrem so, jetzt ist eure Meinung gefragt, wer findet ihn fett, alles mal bitte in die Kommentare schreiben ich würde ja sagen, jeder der mich fett macht einen Wissenlike, aber dann hab ich ja schon so hundere Videos oh, was tust du oh, das ist das das ist meine Signs ich weiß nicht mal immer, was in der Suche gibt es gerade ähm, Religion, weil damals ein Scheiß das ist einfach so oder soll, weil meine deutsche Wärme sind ich hab sie gemacht, weil sie voll nett sie war, sie war richtig nett, aber sie wusste halt, wie sie mit der Klasse umgehen konnte, sie war streng und unsere Klasse war mit dem ich war einfach 10 Glössler und die meisten von, also ich war echt schon ganz lieb, meistens, und die 10 Glössler sind dann mit dem Auskraschung und ich dachte, dann wusste ich, wie sie umgehen konnte, die andere halt nicht so wie sie umgehen konnte, sie sind dann mit dem Auskraschung aber, obwohl ich deutsch an sich das fach nicht mag, aber sie habe ich ich schaffe das Level nicht ok, vielleicht schaffe ich es jetzt mit echten Schlöpchen mit echten Schlöpchen na gut so, ein Versuch noch ja klar, mach dann dann mach noch kurz Vollbildmodus, da warst du über Super Mario 64, gell? echt? ok, das machen wir oder willst du spielen? ne, mach du noch, ich noch mal ok, du musst noch auf zulassen gehen da, zulassen ah, so Mario 64, ich liebe es, sag mal, ich spiele das hab ich auch gespielt, das war richtig toll so, der Schild, hab ich gewusst nicht, die Anzeigen, die Anzeigen, die Anzeigen Anzeigen, das waren ja schon draußen, kann über 6 Jahre, so, ich hab's nicht gelesen Warum, ich bin zuerst, ich bin Miet, immer, was nichts, warum ich bin? wo ich sie da drin h welches kann nicht wenn sie nicht nur einen großen Rumpf ich bin und sie sind und sie können um ein Gott die Interessenten ich mag die zu hohen es ist immer so und ich bin um wenn es auch veröffentlichten er hat und er hat dann die geht er hat uns recht jetzt entdecken hat er jetzt oder um einen ja, wollen wir uns nicht wiederholen gibt's nicht einfach die Fragen, wenn wir das kann ich nicht verstehen ich glaube, mit der Ertragten weil er nur verloren ist ja beziehungsweise sein Helm mein Namekamp schweckt wo, 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 wo wo, 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 wo h also wenn hier das Bild ausgeht warum das geht nicht das ist ja nicht gut das ist ja nicht gut das ist ja sehr schnell beendet aber Mario, mach jetzt ach ja, aber das ist immer noch Tim, äh, Tim was jetzt Tim oder du? Tim Tim du schaffst das das ein maatsch sind drin m m ja, okay, falle, drückwärts wo wir im 2 3 Nein Räden in den Bauch 2 die Menschen die 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 nicht alles ankreuzen? Was denn? Das hab ich schon öfters gehört gekriegt, dass ich folge, ich spreche drauf. Dann hören wir jetzt ja auch und... Oh, wo ist auch noch ein Pogos-Deklärung? Ja, okay, zum Abschluss noch ein Pogos-Deklärung. Dann willst du ein Spiel ins Pogos-Deklärung. Ich? Aber mach erst wieder Vollbild. Bitte. Oder jeder von uns spielt ein Pogos-Deklärung. Ja, okay, nicht jeder ein Pogos-Deklärung. Ich glaub, wir machen da jetzt noch eine Session drauf. Also, ein Pogos-Deklärung. Warte. Both Levels. Wir spielen Pogo-Level. Ich muss ein Gerstmann zulassen. Hier, Pogo-Level. Du nicht. Ja, fang du an und dann mach ich zum Schluss. Also. Jetzt bin ich grad zum Lauf drin. Oh. Okay, okay. Ich hoffe, das ist doch noch nicht zu Ende. Du machst schon einen Schuss gleich, oder? Kann ich mir nur durchdust. Oh. Und wie soll das gehen? Darauf muss ich ja mal einen Hexer machen. Bitte was muss man da machen? Wie willst du da hochkommen? Ja. Also, wenn Pedro schon seine Mütze verliert, dann schau ich jetzt ab. Der war jetzt echt geil. Oh mein Gott, ich glaub... Ja. Ja, die Sprüche sind aber auch nicht schlecht. Ja. Oh Mann, das geht doch nicht. Jetzt hab ich gedacht, das kann nicht wenigstens hier müssen oder das hier. Auch geht aber. zur Rechnation. Ja. Muss man ja auch mal aufschauen. Ja. Danke schön. Heißt, dass hier irgendjemanden interessiert, Alter? Ja, das ist jetzt nicht dein Eindruck, oder? Ne. Soll ich mich das jetzt äußern? Also, Peter. Mach... Mach mir den Schmack. Ja, dann geht. Au. Oh, schlägt's mir jetzt an. Nein, ich hab meinen... meinen Knochen eingeräumt. Okay. Okay. Ich bin raus. Ich mach ein anderes, okay? Ich bin raus. Ja, tschau, Leute. Na, Spaß. Irgendwie sind Pogo-Menschen. Man schreibt eine Person namens. Ja, wirst du wohlgegangen. Was? Dann werden wir schreibt eine Person namens. Ja, wirst du wohlgegangen. Ja. Ich hab... Ich bin entsetzt. Das... hast du schonmal zu mir? Ich hab... Irgendwie dann mach mal ein anderes... 3T Litter Part One nur. Oder... was ist denn Pogo Level? Habe ich gerade gemacht, ja. Ich hab das... Ich glaub, das ist noch ein Pogo. doch oder nicht nicht mit Pogo oder war der Pogo schon drin? da war ein Pogo drin ok wow ach man fast hey der Töp macht vor vielen Level weil das hat immer mit sie ist nicht nur Ländl A achtschuhl Peter die Spiegel A mit ganzem Namen gar nicht mehr Bede sie hat geträgt Machen A A ich glaube ich hätte es bestanden ein sie haben so gut wie ich mich verbiegen die die ich glaube du kannst anfangen diese Bewegung hätte ich hätte so blöd ich mag das Level nicht es ist nicht so gut die Füße zurückspringen wie so eine Katze, die sich erschreckt oh mein Gott wir nehmen echt mal für euch das nachts um 0 Uhr ja komm, lass mal eine Heine rein oh, ich dachte, ich sterb jetzt kannst du schon mal rein oh, ich hab den Arsch gekriegt ah, jetzt geht's ja nur wahre Menschen wissen, was mehr hat Troll Checkseptik, was ist das? kann kein Englisch glaubt, du wirst wissen ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das Hackerangriff los Hackerangriff los Hack aktivieren kein Spaß aber es ist so gut, das ist unser Mikrofon nicht so bombisch man hat die Tasche, tut nicht clever und Hacker-Skills Oha oh Oha oh 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 hey, den hast du von mir oh 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 schenken oder wie sie sich über den restlichen an also ob er aus drei ich habe jetzt nicht aufgenommen direkt ich habe an der ps4 und da habe ich schon den aufgenommen ohne meinte ohne sprache vielleicht diese hoch und links und so also macht mein kompletter muss ich aber gucken ja mal gucken was durch überrascht weil ich nicht ob ich bleibt aus drei überhaupt aufnehmen was muss noch anfragen bei Träger und Spiegel seit demischen so viel mehr Porto kommt es geht musste Pro und nach hinten zu großen Knie ist die Mauer die Bühne und die Röhrer er ist jetzt jetzt aber nicht mehr die höchsten ein jetzt ist es neu ist ja ich will nicht wie es heißt ich habe mal sowas ganz op-teils und was schwarzes das ist ein die Wäge ich mich überhaupt nicht jetzt oder der Po wirklich oft das muss ich gerade aufgeben die Türen aus Oha Hacker es geht Hälfte ich nicht Hälfte die wechseln obwohl doch ein bisschen zerstören muss so bringt mich einmal kommen dann auch nehmen und dann behaupten das war zu tun also wenn ihr irgendwelche Menschen seht auf Youtube, die Casperlog oder so heißen kommt sofort das liken und nicht abonnieren Danke! Boah! Das ist dein Bruder, du! Ja, ich heiße Casperl, so habe ich mich genannt und ich finde ihn auch immer verlauern und dann kommt mein Bruder auf die blöde Idee sich einfach mal Casperlog zu nennen und auch Youtube zu starten hat der schon Videos? Ne, Videos nicht, ja, im Intro hatte, aber dann, sein bester Freund, da kommt natürlich auf die Idee sich Casper Simi zu nennen wie dumm können die sein, deswegen, falls ihr irgendwo auf Kanal von dem kommt, so fast nicht abonnieren und disliket dann geht's Bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? das war mein ehemaliger bester Freund wir haben einen Namen gesucht, PSN und dann haben mir zufällig gewesen in dem Lied, äh in dem Moment ein Lied von Casper gehört obwohl ich den eigentlich nicht meine Musikrichtung erinnern dann hat der irgendwie komisch weiße Casper, hab gesagt, ne ich doch Casper kämpfen, ich fand das voll geil die gescheiße ok so viel dazu also du jetzt, ich hatte das so ein Gesicht zu sehen, du wüsst oh mein Gott ich wollte das schicken, ich ging wieder zum WTF du hast gesagt? oh mein Gott oh mein Gott das war so geil also haben wir jetzt hier stehen lassen so ja, so mit dem Bluten im Hintergrund ok hübsch also dann, wie gesagt, ihr könnt alles reinschreiten, wie es euch gefallen hat Vorschläge, Fragen, Themen, die wir besprechen können, wie es euch gefallen hat ähm, ja, auch mit Liken und so, ne ja abonnieren ihr könnt auch gerne Like-Button schwenken, ja, also wir sind jetzt oder um die Welt schicken wir sind ja jetzt nicht so, dass wir es unbedingt brauchen, aber halt würde uns freuen wenn ihr euch eben nur Freiwillige, nur Freiwillige, Freiwillige vor, bitte nein, Spaß also ja also dann bis zum nächsten Mal Tschaui Tschaui